Machen wir doch mal was Lustiges anderes. Podcastchen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und zwar möchte ich dir den Impuls geben heute. Wie sprichst du eigentlich mit dir? Ich habe mich früher gerne mal darüber beschwert, wie andere mit mir sprechen und habe selber mit mir in einer Art und Weise gesprochen, wie ich das niemandem erlauben würde. Ich war eigentlich diejenige, die am schlechtesten von allen, die auf der Welt sind, mit mir gesprochen hat. Das kommt nie mehr vor und ich kann es dir nur empfehlen. Alles, was du im Außen haben willst, fängt bei dir an. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bitte, bitte, sprich mit dir richtig gut, denn du wirst lebenslänglich mit dir zusammen sein. Also, wäre doch besser, wenn deine Beziehung mit dir gut ist, ne? Wenn du da noch Nachhilfe brauchst, komm gerne zu mir an den Ofen. Bis zur letzten Woche. Tschüss. T hitting die Mastrichtung. T modelling.